Grüß Gott, ich bin Silvia Bogenreuther und Geschäftsführerin der Sonnenzeit Freiwilligenagentur und Mehrgenerationen Haus in Ansbach. Am 17. November bin ich Podiumsgast, um über die Verdienste und Herausforderungen der Freiwilligen bei der Flüchtlingsintegration zu sprechen. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, bei der Erziehung eines Kindes braucht man ein ganzes Dorf. So ist es auch bei der Integration. Für eine gelingende Integration sind viele Menschen verschiedenen Alters und Erfahrungen nötig. Darum mach mit und engagiere dich. Komm am 17. November ins Maximilianeum.